Wie lange ist das kleine Haus entschwunden, wo nun ein Birkenwäldchen niederquillt? Im Weiher glänzt ein einsam Sternenbild und Schatten, die sich still ins Goldne runden. Ein leiser Wind weht holdes Heer von Wandern, Narzissenduft, der Silbern dich berührt, im Haselstrauch die Amsel musiziert. Ein Hirtenlied gibt Antwort aus den Tannen. Musik Und also wundertätig ist die Zeit, dass man die Engel sucht, den Menschen blickern, die sich in unschuldvollem Spiel entzückern. Ja, also wundertätig ist die Zeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020